Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Das Gebet, die Eucharistiefei, die Heilige Messe, Gottesdienstübertragungen im Internet, dieses Abendgebet, fromme Sendungen oder Bücher – all das ist gut und wichtig. Und doch, sagt Jesus uns immer wieder, aber nur eines ist notwendig. Was ist jetzt notwendig? Jetzt, in diesem Moment in meinem Leben, um näher zum Herrn zu kommen. Es ist das Stillwerden und Hinhören. Es tut Not, immer wieder wirklich auf Jesus zu hören, der so schnell verloren gehen kann im geschäftigen Treiben auch unseres Glaubenslebens. Das Hinhören auf den Herrn, das bei ihm zur Ruhe zu kommen und auszuruhen, das weite Herz und das geöffnete Ohr – das kann eine wirkliche Notwendigkeit sein, um im Glauben und im Leben auf ihn hin zu wachsen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, so oft können wir auch in unserem Glaubensleben umtriebig und geschäftig sein und finden doch keine Ruhe bei dir und erfahren nicht, was wirklich notwendig ist. Hilf uns jetzt, in diesem Moment zur Ruhe zu kommen und unser Herz dir zu öffnen, um uns von dir beschenken zu lassen mit dem, was wirklich Not tut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 autres Mal billion ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020